Unsere Welt ist moderner als du denkst. Das Leben bietet viele faszinierende Entdeckungen und spannende Geschichten. Sie sind auch leicht zu verstehen, wenn wir nur genau zuhören. Eine moderne Welt braucht moderne Gedanken, Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Wer nicht nur ständig vor sich selbst auf der Flucht unterwegs ist, lebt nicht nur nachhaltig, sondern findet in seiner Freizeit sogar Zeit und Möse, sich Gedanken über die faszinierende Welt zu machen, in der wir leben. Philosophieren ist der Versuch, sich denkend mit sich und seiner Umwelt auseinanderzusetzen und dabei auf die Kraft des eigenen Verstandes zu vertrauen. Es ist geradezu eine Aufgabe. Also Bildung bedeutet für mich nicht unbedingt Intellekt. Also Bildung sollte, Bildung ist Wissensbegierde, sollte nie aufhören. Und da kann man das dann lernen und kann für sich selber erfahren, dass das eine ganz aufregende Reise ist. Bildung sind für mich Menschen, die neugierig sind. Bildung ist heutzutage sehr abhängig von Zertifikaten. Und Bildung hat etwas mit Neugierig zu tun. Bildung ist heutzutage sehr abhängig von Zertifikaten. Vielen Dank.